Wir werden in diesem kurzen Tutorial mal auf die Textwerkzeuge gucken. Ihr findet sie bei Polygonen und dann bei T. Die grüne Klammer bedeutet, da ist was Neues drin. Wir klicken einfach mal drauf. Es entsteht defaultmäßig gleich diese Schrifttype. Das kann man ändern, was hier standardmäßig entsteht. Hier rechts im Attributeditor könnt ihr sofort ändern, was ihr haben wollt. Ich nehme mal 100%, schreibe ich einfach rein. Hier wähle ich den Schrifttyp und dann suche ich mir Oswald aus. Den mag ich gern. Außerdem ist er, soweit ich weiß, ein freier Fonds. Das ist also der Standard Oswald hier. Im Attributeditor findet sich etwas ganz Entscheidendes, um die sogenannten Bevels zu machen. Ich glaube, dieses Tool ist relativ neu, vielleicht sogar ganz neu in Maya 2017. Da gehe ich hier weiter vor und muss ein Type Extrude anwählen. Type Extrude heißt, ich extrudiere die Schrifttype. Das heißt, ich ziehe sozusagen etwas raus, um dann ein Bevel zu machen. Da gibt es sicher ein deutsches Wort dafür. Also eine Abkantung oder eine Abflachung des äußeren Rands. Im Moment ist der Rand hier von diesen Zahlen absolut hart. Ja, also wenn ich das gerade angucke, so sieht man Schrifttypen ja normalerweise an. Aber es wäre schön, jetzt hier zum Beispiel einen Bevel zu haben. Den konnte man bisher schon machen, aber nicht auf so elegante Weise. Gut, um ihn einzuschalten, gehe ich hier zu Bevel. Also hier kann ich den Bevel einschalten. Und ich muss ihn erst mal aktivieren, den Front Bevel und schon rückt hier irgendwas heraus. Und zwar rücken vier Schichten heraus. Das liegt daran, dass die Bevel Divisions auf vier stehen. Jetzt will ich mal zum Beispiel dieses Sägezahn, diese Sägezahnabflachung kriegen. Wenn ich da drauf klicke, dann ändert sich hier kaum etwas. Und das sieht überhaupt nicht danach aus, nach dieser Kurve hier. Und das liegt daran, dass ich nicht genügend Bevels Divisions habe. Das heißt, ich brauche einfach hier viel mehr, um diese Stufen darzustellen. Und das gebe ich jetzt mal hier zum Beispiel fette 20 ein. Und schon ist diese Stufe zu sehen. Und zwar umso, ich klicke mal daneben, hier ist sie ganz gut zu sehen. Und zwar ist sie umso kräftiger, je mehr ich die herausziehe. Jetzt gehe ich nochmal da hin. Type Extrude, muss man immer suchen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie einfacher geht. Hier, Bevel Offset, mache ich dann den Offset noch etwas härter. Also so ist er ganz weg. Und so fängt er an zu greifen. Wenn ich die Extrusionsbreite noch erhöhe, also weiter aus, rausziehe, dann wird diese Kurve natürlich noch entsprechend etwas zackiger. Ich kann diesen Bevel Offset auch noch erhöhen auf zum Beispiel 2. Dann gibt es wahrscheinlich die Abstufung etwas genau, etwas härter, etwas klarer. Wenn man das weiter treibt, geht diese Frontfläche kaputt. Da muss man also darauf ein bisschen achten. Ich nehme jetzt nochmal zur Skurrilität wegen dieses hier, diese Beugung, diese Welle hier. Und die habe ich dann eben hier. Und das ist ganz gut, Geometrie zu haben, die das auch dann herstellt. Soweit Neuigkeiten aus diesem Schriftfond.